Erste Frage an dich. Letztes Spiel. Was habt ihr euch nochmal vorgenommen? Ja, vorgenommen haben wir uns einiges. Und zum einen, dass wir unseren Fans einen Sieg zum Abschied schenken, bevor wir in die Winterpause gehen, uns für die tolle Unterstützung jetzt vor der Winterpause bedanken. Zum anderen wollen wir natürlich mit einem positiven Gefühl das Ganze beenden und in die Winterpause gehen. Und uns auch für die beiden Spiele oder eine Bestätigung für die beiden letzten Spiele noch holen, wo wir sehr gut aufgetreten sind und das Ganze auch nochmal wiederholen wollen. Was für ein Gegner steht uns mit Waldorf gegenüber? Ich meine, wir sind gewarnt, wenn der Gegner 18 Punkte in der Ferne geholt hat, das heißt bei den Auswärtsspielen geholt hat, mehr als die Hälfte ihrer Punkte bedeutet das. Eine Mannschaft, die sehr gut organisiert ist, die in der Defensive gut steht, die vor allem auswärts sehr gut kontern kann und auch eine große Effektivität aufweist. Mit groß, vor allem ein Stürmer vorne in ihren Reihen hat, der eine sehr gute individuelle Qualität, über eine sehr gute individuelle Qualität verfügt. Ansonsten gut ausgebildete Jungs, wenn man bedenkt, dass zwölf Spieler aus der Hoffenheimer Jugend kommen, insgesamt acht oder neun Spieler aus der Karlsruher Jugend kommen, das heißt eine gut zusammengestellte Mannschaft mit entwicklungsfähigen Spielern, gut ausgebildeten Spielern, die auch über eine gute Qualität verfügen. Aber letzten Endes wird es darauf ankommen, wie wir auftreten und wie wir unser Spiel umsetzen können. Das haben wir auch in den beiden letzten Spielen so getan und daran wollen wir eigentlich anknüpfen, uns mehr auch mit unserem Spiel beschäftigen. Wie sieht es personell aus vom Spiel? Gleiche Situation wie vor Freiburg? Ja, nicht die gleiche Situation. Ich sage ja, Patrick Halt hat leider die Pechträne so ein bisschen gebucht. Es hat wieder im Zweikampf einen auf den Knöschel abbekommen, dass er auf jeden Fall nicht zur Verfügung stehen wird. Ich lache mittlerweile drüber, weil es halt sehr schade ist. Der ist einfach nicht auf den grünen Zweig gekommen, sodass er kontinuierlich trainieren und was leisten kann. Ich hoffe, dass der das jetzt in der Winterpause abschüttelt und nochmal jetzt nach der Winterpause voll angreifen kann. Ansonsten haben wir Dadaschow, wir werden am Freitagmorgen einen Härtetest durchführen bei ihm, ob es für dieses Spiel eventuell nochmal reichen kann oder nicht, ob es dann Sinn macht, ihn in den Kader zu nehmen. Ansonsten, der Rest ist ja soweit bekannt. Das heißt, die Langzeitverletzten stehen uns nicht zur Verfügung. Der Rest ist soweit an Bord. Ja, ein intensives Halbjahr. Nach der kurzen Pause zum Abschluss der Hinrunde auch nochmal intensive Wochen mit den Spielen gegen Homburg und in Freiburg. Ihr habt richtig Gas gegeben. Auch am Freitag wieder? Klar. Wie der Trainer schon gesagt hat, wir wollen die drei Punkte hier lassen. Wir wollen das Ganze mit einem positiven Gefühl betten. Und ja, man muss sagen, dann haben wir das Maximale aus den drei Spielen geholt. Mit Homburg, Freiburg und Waldorf. Das ist unser Ziel. Das war auch unser Ziel davor. Ja, nee, aber auch wir wollen uns beschenken. Also wir wollen mit einem positiven Gefühl in die Weihnachtsferien gehen. Jeder will einen schönen Urlaub. Und mit den drei Punkten sehen wir definitiv an Elversberg mit einem Punkt dran. Ja, und dann geht es wieder im Februar los. Dankeschön. 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 Dankeschön.